ZIP-Dateien oder ZIP-Folder, viele stolpern immer wieder darüber. Mein Name ist Birmin Lenherr. Was mache ich mit so einem Ordner? Ich habe diesen hier erhalten von jemandem, der mir viele Bilder in einem Ordner schickte. Und zwar über die Webseite vTransfer oder zum Beispiel über Dropbox. Und nun habe ich also dieses riesige Ding und weiss nicht wie weiter. Ich zeige, wie es läuft. Es gäbe da verschiedene Hilfsprogramme, zum Beispiel WinRAR oder 7zip, aber das brauchen Sie gar nicht. Wenn Sie diesen Ordner hier haben und Sie sehen, der ist irgendwie zugezippt, also mit einem Reissverschluss, das heisst, er ist sogar komprimiert. Wenn ich einen Doppelklick hier drauf mache, dann sehe ich, da hat es irgendwie Bilder drin. Die Vorschau funktioniert auch nicht richtig. Es stimmt, im gezippten Ordner funktioniert die Vorschau eigentlich noch nicht. Ich sehe, ich bin also hier in diesem Ordner und wie komme ich nun an diese Dateien? Ich klicke stellvertretend auf ein Bild, drücke Ctrl-A, also ich markiere alles und ich hole die hier wieder raus. Entweder mit Ctrl-C oder ich mache hier einen Rechtsklick, kopieren. Ich gehe aus diesem Ordner wieder raus. Entweder klicke ich hier auf Bilder oder hier auf den Pfeil nach oben und ich füge nun die Bilder hier wieder ein. Oder noch besser, ich erstelle doch gerade einen neuen Ordner. Und ich beschrifte diesen Ordner mit Alte Bilder. Ich gehe in diesen neu erstellten Ordner mit einem Doppelklick wieder rein. Doppelklick. Und sage nun Einfügen. Entweder mit Rechtsklick Einfügen oder Ctrl-V Einfügen. Und das dauert nun einen Moment, denn jetzt werden die Bilder entzippt und sind nun wirklich verfügbar und brauchbar. Ich gehe da oben nochmals zurück zu Bilder und ich sehe, ja stimmt, ich habe hier nun diese alten Bilder entzippt. Und hier ist immer noch der Zipp-Ordner. Den brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Also hier löschen oder Ctrl-X oder Rechtsklick und löschen und tschüss. Also das sind nun meine Bilder. Jetzt mache ich das Umgekehrte. Ich will all diese Bilder jemandem mailen, will die aber nicht einzeln mailen, sondern in einem Ordner. Aber Ordner kann man ja gar nicht mailen, ausser ich zippe. Also ich markiere alle Bilder, ich klicke auf ein Bild, drücke Ctrl-A, es sind alle markiert. Ich mache einen Rechtsklick und sage Senden an und hier unten auf Zipp komprimierter Ordner. Es dauert einen Moment. Wusch! Und schon ist der Ordner da. Komisch. Der hat irgendwie einen Dateinamen übernommen. Ich kann ja diesen Dateinamen nun ändern und ich sage mal Bilder fürs Archiv und der Ordner ist bereits erstellt. Das ging ja schnell. Hier Bilder fürs Archiv. Hier stecken Kopien drin, die die andere, die Zielperson, nachher genau gleich wieder entzippen kann. Nach dem Senden kann ich ja diesen Ordner hier auch wieder löschen. Das war's.